jo was geht ab meine freunde hier ist memo 27 wieder am start mit neuen video ja meine freunde und zwar wie ihr schon den titel lesen könntet schon wieder bin ich auf youtube drauf und zwar wie gesagt ich mache diesen video ganz kurz also nur ganz kurzfristig wollte ich euch das noch mal sagen ich war so auf omegle und ich wollte halt ein bisschen gucken was da drin so abgeht und so und dann traf ich auf einmal diesen jungen und meine freunde es ist wie gesagt ich glaube ich kümle und das ist es war ich und er hat mich halt aufgenommen und ich weiß nicht was ich was ich dazu sagen soll auf jeden fall hat er noch unten in omegelo kommentiert du bist scheiße du bist selber scheiße ja wie schon gesagt ich habe ja auch schon in instagram ein video gemacht einen kurzen video gemacht und so und er heißt ja mr emra mr emra mr emra mr emra ja wie schon gesagt auf jeden fall habe ich den omegelo getroffen und wir haben uns da ein bisschen unterhalten da drin und dann hat er mir natürlich auch link davon geschickt also er kannte mich also er hat dann zu mir gesagt ich kenne dich du bist auf meinem video darauf ich so wie du bist ein youtuber habe ich gedacht ne bist du ein youtuber habe ich gesagt und er hat dann zu mir gesagt natürlich ja ich bin ein youtuber ich bin auch ein kleiner youtuber habe ich dann zu ihm gesagt ja dann hat er mit dem link in omegelo geschickt in omegelo gesendet in omegelo gesendet und dann hab ich das halt gesehen ähm wie dieses video zu entstanden kam ja leute auf jeden fall wie gesagt das video ist sehr kurz und so ich wollte mal halt nur das sagen ich wollte das halt so ein bisschen loswerden und ähm ja dann sag ich euch mal hier das war es auch mit dem video das findet das video findet ihr auch unten in der beschreibung habe ich verlinkt und so und da könnt ihr euch dann wieder in Ruhe angucken und ja dann sag ich euch mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal